Musik 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 Ziel des Goodwin User Treffens ist, die User aus Deutschland und Österreich zusammenzubringen, dass sie sich austauschen, wie sie in ihren Unternehmen Goodwin umgesetzt haben und wie sie Legal Compliance im Umwelt- und Arbeitsschutz organisieren. Denn unser Ziel ist nicht den Unternehmen eine Software zu verkaufen, sondern mitzuhelfen in den Unternehmen, lebendige Systeme für Legal Compliance im Umwelt- und Arbeitsschutz zu etablieren. Das ist uns ein Anliegen, dafür arbeiten wir und das macht uns Freude. Applaus Musik 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 Also ich kann Goodwin Ski immer nur weiterempfehlen, auch meine Kollegen oder wenn man sich irgendwo trifft in den Sicherheitsfachkreisen, das ist ein Tool, das ich sehr gerne verwende und für mich einfach hauptbestandteil in meiner Arbeitszeit. Musik Ich bin ja dieses Jahr mal zum ersten Jahr mit dabei. Ich muss eigentlich sagen, schade, dass es zum ersten Mal jetzt ist und nicht, da ich schon früher gekommen bin. Was ich sehr gut finde, ist prinzipiell, dass man ja immer so die eigene Sichtweise hat. Man kämpft mit den eigenen Problemen und man hat so die eigenen, ja, Denkweisen, wie man mit etwas vielleicht lösen kann. Und wenn man dann plötzlich sieht, die anderen haben so ähnliche Probleme, der macht das auf eine ganz andere Art, dann kriegt man plötzlich eine ganz andere Sichtweise. Musik Ja, das war wirklich schön, dieser User-Tag, weil man hat damit die Möglichkeit, sich auszutauschen mit den Kollegen. Und was mich wirklich gefallen hat, ist, dass wir einiges gut gemacht haben. Also wir haben ein Projekt draus gemacht, wir haben eine Dame und einen Kollegen abgestellt, die für Monate daran gearbeitet haben. Und das haben wir tatsächlich in fünf Monaten geschafft. Natürlich weiß man nicht, dass das der richtige Weg ist, aber hier habe ich die Bestätigung, dass es richtig ist. Und es macht wirklich Spaß, wenn jetzt die Behörde vorbeikommt, Fragen stellt, plopp. Hier sind die Dinge, die wir gemacht haben. Und die haben das gerne. Nein, gefällt uns. Musik 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 Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal.